Als er am nächsten Morgen erwachte, sah er, dass seine Freunde die Kugel bereits entdeckt hatten. Aufgeregt betrachteten und betasteten sie die Kugel von allen Seiten. Alle redeten wild durcheinander. Ein Fitzli-Putzli zeigte plötzlich nach oben, wo der eben erst erwachte Fitzli-Putzli auf seiner Blume saß. Auf einmal waren alle still und starrten zu ihm hinauf. Da sah er an sich herunter und erschrak fürchterlich. Er war nicht mehr blau. Nein, er hatte nun dieselbe Farbe wie diese Kugeln. Er sah gar nicht mehr aus wie die anderen.